It's fight time! Und hier der letzte Kampf des Abends im City Cage Casino in Luzern. Michael Böbner, der Lokal-Matagor gegen Guillaume Cardena, bis 74 Kilo. Sehr viel Erfahrung, beide Kämpfer hier. Michael Böbner, der Lokal-Matagor, hat hier sehr viele Fans im Grand Casino Luzern. Cardena hier direkt beim Takedown. So im Cage sehr einfach Takedown zu landen. Sehr kein kleiner Cage. Nicht sehr viel Platz für Movement. Favorisiert hier mehr Ringer und Grappler. Und Cardena in Top-Position. Auch hier in der Half-Cut gefahren. Hat der vier Minuten reichlich Zeit zum Arbeiten. Wechselt hier zu Guillotine. Hat er die Guillotine. Scheint unter dem Kiel zu sein. Hat Michael Böbner hier die richtige Defense gegen diese Guillotine. Sieht sehr eng aus. Könnte da schon das Ende sein. Enge Guillotine. Enge Guillotine. Scheint hier Platz zu haben zum Atmen. Und er befriert sich. Und er trifft sich. Cardena tritt hier für Spanien an. Hat allerdings eine brasilianische Trainer-Ecke dabei. Ich korrigiere. Einer der Trainer Cardenas ist mein Manager Albert Beligou aus Frankfurt. Der diesen Kampf hier vermittelt hat. Sehr guter Manager und Trainer. Also in der Vorgant. Das ist ein paar von Böbner. Der hat die Nummer vorgarten. Der hat die Nummer vorgarten. Jetzt gehen wir über. Jetzt gehen wir über. Jetzt gehen wir! Jetzt gehen wir über. Scramble hier und beide wieder im Stand-up. Zwei Minuten auf der Uhr in der ersten Runde zu unserem Main-Event, Hauptkampf des Abends. Michael Böbner gegen Cardena und reversed, Michael Böbner wieder in der Fullguard. Drückt den Spanier jetzt gegen Kavik, sehr unangenehme Position. Und hart das kleine Pound. Ist das das Ende? Sehr hart das kleine Pound von Michael Böbner. Der Spanier hier nicht mehr in der Lage sich gescheit zu verteidigen. Das wird das Ende sein. Cardena hier unter extremer Beträngnis und Ende des Kampfes. Gratulation Michael Böbner, sehr starker Kampf. Lokalmatador, immer schön Schweizer Gewinn zu sehen. Der Lokalmatador hier heute Abend gewonnen. Michael Böbner bis 74 Kilo. Im Replay sieht man es nochmal. Harte Kopfstege für Cardena. Und der Kampf schließt einen sehr schönen Kampfabend heute hier in Luzern ab. Eine sehr exklusive und gelungene Veranstaltung. Und City Cage hier im Luzerner Casino geht zu Ende. Freude ist Kämpfer. Tolle Kämpfe, tolle Veranstaltungen, angenehmes Publikum und eine gute Stimmung. So, meine Damen und Herren, nochmal einen großen Applaus für meine Kämpfer. Und hier noch die Urteilsverkündung des Hauptkampfes. Wir haben jetzt noch einen großen Team. Unsere Gewinner in der braunen Ecke. Michi, hallo! Michael Böbner, herzlichen Glückwunsch zum Sieg. Michi, bist du gut soweit? Braut du mich noch? Guck mal da. Na, du bist da oben. Guck mal. Guck mal. Ja, mach mal. Ja, wir können auch noch... Patrick, unser... ...machtsalter vom heutigen Abend. So leid es mir tut, aber du kommst jetzt noch dran. Das ist gut. Ja, deine Worte an der Publikum an der Oben. Phänomenaler Kampfgesessen. Super Matchmaking! Auch von unserer Seite, Gratulation. Danke vielmals fürs Kommen. Ich hoffe es hat euch gefallen. Auf jeden Fall. Und wir werden das weiterziehen. Das heisst in Luzern wird es ein Adresse für hochklassiges MMA sein. Danke vielmals. Wunderbar. Und Ivo, auch deine Worte dazu. Also ich kann nur sagen vielen Dank allen fürs Kommen. Danke für die Unterstützung. Bleib dran. Vielen, vielen Dank. Ich bin sprachlos. Die Kämpfe waren super. Ich habe mitgefiebert. Meine Stimme ist weg. Vielen Dank. Danke auch dem ganzen Team, die das möglich gemacht haben. Patrick, der das super hinbekommen hat. Also es ist Premiere von Allerfeinsten. Vielen, vielen Dank an alle, die mitgeholfen haben. Super, das können wir an uns so zurückgeben. Großen Applaus, meine Damen und Herren. Wir sind ja nochmal wirklich hier. Die machen auch dieses tolles Event. Und wir hoffen nun, dass Miggi ein bisschen Luft hat. Hast du ein bisschen Luft noch? Aber gut. Also wie gesagt, eine harte Fight gewesen. Aber du hast es nach Hause gebracht, sozusagen. Ja, danke vielmals, dass ihr alle da gewesen seid. Die, die gekommen sind. Ich hoffe, wir haben ein gutes Event gegeben. Rein zusammen mehr in Luzern. Danke an die zwei Herren, die es möglich gemacht haben. Ivo, Patrick. Danke an meinen Corner. Gabriel Sabo, Urs Ortmann, Peter ist irgendwo draussen. Ich hoffe, dass Andréa Danza, die Leute, meine Familie, meine Freundin Julia, ich liebe dich. Danke vielmals für alles. Und danke vielmals an meinen Gegner. Er hat den Kampf angenommen. Mit irgendwie fünf oder sechs Tagen Vorbereitungszeit. Weil mein anderer Gegner ausgefallen ist verletzt. Danke vielmals für das. Und ich wünsche euch allen einen ganz schönen Abend. Trinken wir zusammen noch einen, die da sind. Und lassen es losklingen. Merci vielmals. Super, herzlichen Dank. Wunderbar. Meine Damen und Herren, City Cage Luzern, hier im Casino. Schön, dass Sie da waren. Wir sehen uns auf jeden Fall wieder. Spektakulär gesehen, meine Damen und Herren. Noch mal einen grossen Applaus für sich selber und für alle anderen. Danke an den tollsten Ringsprecher, Stefan.